Samstag, der 26. Dezember 2020. Es ist 19.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Guten Abend, willkommen zur Weihnachtsausgabe von Lotto am Samstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich hoffe, Sie haben die Weihnachtsfeiertage bis hierher auch trotz dieser besonderen Umstände in diesem Jahr etwas genießen können. Und jetzt sage ich nur auf zur zweiten Bescherung. Vielleicht ist da ja heute noch was für Sie drin. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind wie immer natürlich im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Wir legen los. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Ja, Nina, äh nicht Nina, Miriam hat es ja schon mal krachen lassen vor Weihnachten. Zwei Drillinge gab es ja, die aus unserem Ziehungsgerät gefallen sind. Und die Bilanz waren fünf Supersechser und 22 Einfachsechser. Lottozahl Nummer eins ist die 32. Elf, zwölf, dreizehn, siebenunddreißig, achtunddreißig, neununddreißig. Das waren sie, die Lottozahlen am Mittwoch. Ich habe es ja gerade gesagt, fünf Supersechser, also sechs richtige plus Superzahlen, die waren dabei. Und jeder darf sich jetzt über rund 3,9 Millionen Euro freuen. Die zwölf ist die nächste. Und freuen dürfen sich natürlich auch die 22 Spieler, die den einfachen Sechser auf dem Schein hatten. Und dafür gab es ja trotzdem stolze 220.000 Euro. Bei so vielen Gewinnern keine schlechte Quote. Nächste ist die sieben. Und so einen Zweier-Drilling, den gab es schon mal, wenn man nachgeguckt, 1988, schon weichen her. Und damals hatten 222 Spieler die sechs richtigen. Und 85.000 D-Mark gab es dafür. Die 13 ist die nächste. Ja, und neben diesem Lotto-Gewinnern vom vergangenen Mittwoch gab es natürlich auch noch Gewinner bei Supersechs. Drei an der Zahl waren das. 100.000 Euro gab es dafür. Rheinland-Pfalz und zweimal Nordrhein-Westfalen. Zwei vorletzte. So, eine noch. Dann haben wir die Weihnachtskugeln in diesem Jahr zusammen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, vielleicht wird es ja für Sie heute die zweite Bescherung. Wenn das Ihre sechs Richtigen sind. Die fünf ist die letzte für heute. Das sind sie also, die sechs Richtigen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dazu gesellt sich jetzt noch eine super Zahl. Und welche das wird, wissen wir in wenigen Augenblicken. Ihnen allen nochmals viel Glück. Drei Millionen Euro, nachdem ja der Jackpot am Mittwoch raus ist. In der ersten Gewinnklasse heute bei uns. Und wenn Sie vielleicht beim Spiel 77 mitgemacht haben, dann warten dort zwei Millionen Euro. Super Zahl. Heute ist die drei. Und jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen an. Hier sind sie, die Lottozahlen vom heutigen Samstag in richtiger Reihenfolge. Zwei, fünf, sieben, zwölf, dreizehn, zweieunddreißig und die Superzahl eben gesehen, die drei. Jetzt gibt es noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziebung ermittelt. Und los geht's mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt 2, 8, 3, 7, 1, 0, 0. Und noch die Gewinnzahl der Lottery Super 6. Da gewinnt 0, 8, 0, 1, 4, 4. Ja, und damit sind wir schon wieder durch. Das war die Lottoziehung am zweiten Weihnachtsfeiertag. Vielleicht war für Sie ja was dabei. Nachlesen können Sie wie immer nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe auf lotto.de. Am Mittwoch. Letzte Ziehung in diesem Jahr. Miriam freut sich auf Sie. Und vielleicht starten Sie ja mit der letzten Ziehung im Jahr dann vielleicht als Millionär ins neue Jahr 2021. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Weihnacht. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original. Lotto 7. Spielen beim Original 04. Spielen beim Integrations Gorhoyen. Vielen Dank.